Der Fox Ventec 5 Season Schlafsack gilt schon seit Jahren in der Szene als absolutes Top-Produkt. Ein Schlafsack für Herbst, Winter und Frühjahrmonate, absolut warm und jetzt hier neu im 2020er Modell neu verarbeitet, neu aufgelegt. Ihr seht schon das Packmaß ein Tick kleiner, der Schlafsack ist jetzt nur 4,4 Kilo schwer und das ist für den Winterschlafsack wirklich sehr sehr angenehm und auch schön vom Packmaß her von der Größe und jetzt zeige ich euch mal ausgepackt. Hier seht ihr den Schlafsack, den Fox Ventec 5 Season montiert auf einer Flatliner Liege. Der Schlafsack hat eine Länge von 2,13 m und hat eine Breite von 94 cm. Passt also optimal auf alle handelsüblichen Liegen drauf. Das Weitere ist der ausgezeichnet. Hier oben seht ihr schon diese Tasche, mit der man praktisch Kopfteil sowohl auch Fußteil befestigen kann und habt ihr eine Liege mit nur einem Bein, also eine 6-Bein-Liege, ein Bein hier oben am Kopfteil, eins am Fußteil. So seht ihr, hier ist der Schlafsack ausgeschnitten und ihr könnt praktisch mit dem Bein dort durch und könnt den Schlafsack perfekt fixieren. Wir haben einen 10 mm Crash-Kreisverschluss, wie immer. Heißt, ihr wisst, es beißt, ihr zieht schnell auf, hüpft raus, geht an die Rute. Es verhättet sich nichts oder verklemmt sich nichts, wie es ja oftmals bei Schlafsacken der Fall ist. Ihr habt auf beiden Seiten einen Clip. Den Clip nutzt ihr dazu. Ihr clippt die Zips ein und somit öffnet er sich nicht mehr auf der Seite. Natürlich am besten nur auf die Rückseite vom Zelt einklippen, dass ihr noch rauskommt. Im Innenleben hat der Schlafsack ein super schönes, weiches Mikro-Vlies auf beiden Seiten. Heißt Oberfläche, also Oberseite sowie auch Rückseite. Und hier unten in diesem Fußbereich, wir nennen es Hot Pocket, sind keine Reißverschlüsse verbaut. Das heißt keine Zugluft im unteren Bereich. Die Füße bleiben im Winter auch immer schön warm. Hier oben am Kopfteil haben wir eine Vorrichtung, um unser Kopfkissen drunter zu klemmen. Das wird hier schön fixiert und fällt euch nicht mehr hinten runter an der Liege. Auf der Rückseite des Schlafsacks, des Ventex, ist Nylon verwendet. Ganz weiches, geschmeidiges Nylonmaterial. Nylon aus dem Grund, es ist viel atmungsaktiver. Die Temperatur oder besser gesagt die Feuchtigkeit kann natürlich entweichen. Und ihr schwitzt nicht so im Schlafsack. Ganz anders, als ob ihr komplett beidseitig mit der 10.000er Wassersäule versehen wären, mit dem 10.000er Ripsoft Material. Ihr seht es schon, wir haben dem neuen Ventec Five Seasons Schlafsack eine andere Form gegeben. Mehr in diesem Tracking-Outdoor-Bereich, etwas Moomiumförmiger. Die Fußpartie ist etwas abgerundet und auch die Kopfpartie nicht mehr so eckig. Aber natürlich, wenn ihr diese Schlafsäcke euch anschaut aus dem Outdoor-Bereich, dann sind die sehr, sehr eng geschnitten. Und meistens ist es doch sehr, sehr unbequem, da längere Zeit drin zu verharren oder drin am Wasser mal eine Woche zu verbringen. Wir haben also den Schlafsack 94 cm Breite gegeben, etwas breiter, die Moomiumform beibehalten und haben uns den neuesten Technologien bedient, die im Outdoor-Bereich zur Verfügung stehen. Und zwar, das sind Kunstdaunen. Und wir haben erstmalig eine silikonierte Kunstdaune, eine Fox-Kunstdaune in diesem Schlafsack verwendet. Das macht ihn so leicht, das macht ihn auch im Packmaß viel kleiner wie der alte Ventec und hält euch viel, viel wärmer und ist viel, viel angenehmer. Ein weiteres Merkmal haben wir hier, ihr seht es, diese Baffel, dieser Schutz sozusagen hinter dem Reißverschluss, ist 10 cm lang, ist aus Vlies und läuft genau entlang des Reißverschlusses. Somit habt ihr keine Zugluft mehr im Winter, da das schön geschützt ist. Aufgrund der Tatsache, dass wir hier die Kunstdaune verwenden, haben wir das Inlay komplett rausgelassen. Ihr kennt das, jeder Winterschlafsack hat normalen Inlay zum rauszippen, das benötigen wir hier nicht mehr. Der Schlafsack ist so viel wärmer wie das Vorgängermodell, viel leichter und auch immer noch komfortabel und vor allem, und das ist das Wichtigste, in den kalten Jahreszeiten sehr, sehr warm und angenehm. Der Fox Ventec Five Season Schlafsack ist in zwei Größen erhältlich. Hier die Standardversion und natürlich einmal die XL-Version. Das war unser neuer Ventec Schlafsack. Ich hoffe, er gefällt euch. Ventec Five Season Ripstop. Schaut ihn euch mal live an.